Ach, das ist doch neuser Jugendwesen, oder? Ja. Mhm. Er hat nicht einen Admin beleidigt, er hat einfach im Chat, äh, nicht im Chat. Im TS hat er einfach über rechtsradikale Dinge gesprochen. Das heißt, er hat nichts mit Admin zu tun. Ähm, das ist rechtsradikal, kann ich sogar bezeugen. Der Typ ist deppert. Was siehst du? Der Typ wird ja genau den gleichen Tag schon wieder... ... am ersten der. Ja, irgendeiner von wie die DTS. Ja. Und Odi hätte das auch bezeugen können, hätte er sich nur nicht gemutet. Ja, ich war leider Gottes... Ja, kann man nicht immer da sein. Ist halt so, oder? Ja, kann ich ja sagen. Ja, das Leben geht ja vor. Ja. Es ist einfach so, ich mein, ist es gehört worden. Und Chris, glaub ich, hat es ja auch damals mitgekriegt. Er hat ja die zwei dann gebannt, oder war es Paco? Ja, das, äh, das Darky. Ja, war es Darky. Auf jeden Fall hat er das gehört und, äh, auf den Grund hin ist er gebannt worden. Da sind sie alle gebannt worden. Und ich bin der Meinung, dass das einfach alles so gehört, dass die, äh, ja, gebannt bleiben. Die Kerren eigentlich angezeigt. Wollen wir... Müssen wir nämlich zur Polizei gehen, sagen, hey, alter der mit der und der IP-Adresse, mach den und den scheiß. Ja. Danke, dass du mir, äh, noch ein paar Sätze gesagt, die ich schreiben kann. Ähm, Oni, kannst du mir mal das, was der Chip vorhin, äh, übrigens hat, hier geschickt hat, weil ich, ja, Rechner neu gestaltet habe, sehe ich das nicht mehr. Ach so, warte mal so. Ach so, warte mal so. Ach so, wenn ich das, äh... Ach, ich muss jetzt mal runterdrehen, warte mal. Ich weiß es schon, ich muss mal schauen, wo er das geschickt hat. Ähm, DNDCB Plus ist ein bisschen so viel. Ja, bitte. Ähm, hätte ich sogar, ich war frei für mich, aber ich bin jetzt mal in ganzem 8K. Jo, mach mal. Brauchst du das nur von der Consec, weil dann schreib ich's dabei schnell einmal in die große Gruppe rein, also in die... ... Hauptgruppe schreib ich schnell einmal in oder noch. So, das genannt wird von Mutern. Ich schicke da gleich einen Link, warte mal. Ja. Ich such mal ganz kurz die Truppen aus, so. Wo ist die denn? Ähm, macht sie dann bitte schnell hin, dann können wir unsere Besprechung machen, weil wenn der Ding weg muss, dann sollte das nicht erlauben. Doch. Ja, genau. Ja. Die Probefahrer. Die Probefahrer, ja. Ja. Jetzt hätten wir schon auf den Channel mit Big Friday, aber du wüsst ja anscheinend nicht. Na, Chris. Äh, Chris? Mhm. Ich bin jetzt raus, ja? Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Du, wo, wo, wo ziehen wir jetzt denn hin? Nach dem Essener, ja, ja, passt. Ja, 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 genau der. Was ist denn hier eigentlich schon wieder mit dem Channel los, ey, hier flippst du aus, wieso können die Leute hier wieder runter, ey? Das ist echt... Entschuldigung, ich geh jetzt so wieder raus. Nein, nein, pass, pass, pass schon. Wieso wurde das dann schon wieder so gemacht? Ja. Denk mal, weil der Corny vorhin das Passwort rausgenommen hat. Was? Ja, Corny hat vorhin das Passwort rausgenommen. Ich hab gar kein Passwort rausgenommen. Wieso ist es dann nicht mehr da? Ey, wieso ihr Passwort rausgenommen, wo ich sowieso wieder admin hab? Das gibt ja überhaupt keinen Sinn. Ich hab mal jetzt... Wer hat's denn dann rausgenommen? Wieso soll ihr Passwort rausgenommen? Was? Die Gänse lassen. Mit den Schämen, hier war doch ein Passwort drin. Nein, hier war kein Passwort drin. Hier war nur, äh... Die Rechte waren nur betreten. User left to attack. Aber die Power, die Power zum Betreten war hier nur drin. Warte mal, ich schick dich, ich mach's mal gut. Ja, mach's gut. Ja, mach's gut. Ja, mach's gut. Mach's gut.